Heute hören wir, dass die Zahl der Menschen, die nach Europa flüchten, sich deutlich verringert habe und 2017 nahezu halbiert. Vor gut zwei Jahren sah das anders aus. So viele Geflüchtete wie noch nie kamen in die EU und auch nach Brandenburg. Was sind jetzt also die Herausforderungen? Dazu hören wir gleich den Innenminister des Landes. Zuvor zeigt Carsten Blumenthal den Stand der Dinge hier in Brandenburg. In Eisenhüttenstadt befindet sich die Erstaufnahmestelle der zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg für Geflüchtete. Auch in diesem Jahr kamen zahlreiche Menschen hier an, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimatländer verlassen mussten. Deren Zahl ist 2017 allerdings etwas zurückgegangen. Also die Zugangssituation ist seit der Schließung der Balkanroute im Frühjahr letzten Jahres nach wie vor stabil. Im Jahresverlauf kommen pro Monat um die 250 bis 450 Menschen zu uns. Das sind sehr moderate Zahlen im Vergleich zum Herbst 2015. Kamen im Jahr 2015 noch 28.124 Flüchtlinge nach Brandenburg, waren es 2016 9.817 und bis Ende November dieses Jahres 4.171. Die meisten Flüchtlinge kommen bisher aus zentralafrikanischen und arabischen Ländern. Hier gibt es inzwischen aber leichte Veränderungen. Neu sind zum Beispiel die nordafrikanischen Staaten, aber auch Armenien, die Türkei. Das heißt, die Zahl der verschiedenen Länder ist eben sehr hoch. Also die Menschen zu uns kommen nach wie vor. Führend sind allerdings Syrien und die russische Föderation. Neben vielen, die hier um Asyl baten, gab es in diesem Jahr auch zahlreiche Menschen, die freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehrten. Dazu kommen 387 Asylbewerber, die abgeschoben wurden, 769 kehrten mit einer Förderung zurück und 275 ohne Förderung. Auch in den nächsten Jahren werden Flüchtlinge nach Brandenburg kommen und hier aufgenommen. In Eisenhüttenstadt ist gerade ein neues Familienhaus errichtet worden, in dem etwa 250 Asylbewerber wohnen können. Insgesamt verfügt das Land aber über weitaus mehr Unterkunftsplätze. An einem solchen Standorten haben wir zurzeit 3000 belegbare Betten und davon ist tatsächlich die Hälfte, also 1500 Plätze sind frei. In Brandenburg leben heute rund 10.000 anerkannte Flüchtlinge. Dazu kommen mehr als 11.000, die einen Asylantrag gestellt haben. Der Innenminister des Landes ist bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Herr Schröter, herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Jury. Und nun muss man ja sagen, es kommen viel weniger Menschen in diesem Jahr zu uns als noch vor zwei Jahren. Sie werden versorgt, sie haben genug Platz, mehr Platz eigentlich als man braucht. Bereitet Ihnen in dieser Situation irgendetwas Kopfzerbrechen? Also zunächst einmal haben Sie recht, die erste Aufnahme ist sehr entspannt. Aber jetzt ist die Frage der Integration eine ganz wichtige Herausforderung. Das ist etwas, was Jahre, Jahrzehnte dauern kann, dauern wird. Allerdings gibt es an anderen Stellen auch einige Dinge, die für das Innenressort wichtig sind. Weil die Integration ist nicht ganz so Ihr Hauptthema, ne? Das ist nicht mein Hauptthema, das ist richtig. Aber es gibt auch unter den Flüchtlingen Menschen, die ja nicht nur den geraden Weg gehen. Wir müssen registrieren, dass da auch Straftaten eine Rolle spielen. Viele innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte oder auch innerhalb der Erstaufnahme. Sie sprechen ein ganz heikles Thema an, wenn es um das Thema Geflüchtete geht. Um das noch mal kurz einzuordnen an der Stelle. Ist diese Kriminalität, sind die Gewalttaten, die von Flüchtlingen ausgingen in Brandenburg, sind die angestiegen? Wir haben. Das ist leider zu konstatieren. Innerhalb dieser Gemeinschaftsunterkünfte auch Straftaten der Flüchtlinge untereinander. Aber da werden wir die konkreten Zahlen erst nach Auswertung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik etwa im März des Jahres haben. Weil meist sagt man ja, das sind Fälschungsdelikte, es ist auch mal Schwarzfahren. Natürlich gibt es auch mal tägliche Auseinandersetzungen. Aber ganz anders sieht da die Statistik aus für diejenigen, die den Geflüchteten genau das antun. Und da gab es jetzt gerade die neuesten Zahlen auf dem Tisch. Und da heißt es, da ist Brandenburg trauriger Spitzenreiter bundesweit. Es gab 213 Fälle insgesamt, fast jede dritte davon eine Körperverletzung. Das sind bezogene Zahlen, also pro eine Million Einwohner. Und in der Tat haben wir da eine ganze Reihe von Übergriffen zu vermelden, zu registrieren. Das ist etwas, was mich auch sehr nachdenklich stimmt. Aber die Verbrechenslast muss man doch schon einordnen. Ja, natürlich. Und da sind die Zahlen natürlich noch nicht erhärtet. Wir müssen abwarten, bis die Statistik der Polizei da auch mehr Sicherheit bringt. Wir sind in Brandenburg sehr, sehr genau, was die Frage der Übergriffe insbesondere mit einem rechten Hintergrund anbetrifft. Deshalb weiß ich, dass wir uns auf die Zahlen, die dann im März vorliegen, verlassen können. Viele Menschen wollen ja bleiben, einige dürfen aber nicht bleiben. Sie sollen abgeschoben werden. Wie stand es da eigentlich 2017? Wurden mehr abgeschoben oder weniger abgeschoben als noch vor einem Jahr? Wir haben in etwa eine vergleichbare Anzahl. Aber Sie haben ja vorhin im Vorspann schon die Zahl der freiwilligen Rückreisen erwähnt. Wir können konstatieren, dass mehr als doppelt so viel wie abgeschoben worden sind, freiwillig das Land verlassen haben. Das sollte auch weiterhin der Schwerpunkt unserer Bemühungen bleiben. Und auch das Ressort ist nicht ihrs. Aber letztendlich, die Asylverfahren verstopfen ja auch die Gerichte. Und viele Bürger sagen, wenn es da mal ein bisschen schneller vorankäme, aber es wird sicherlich nicht. Da gibt es so viel Stau, dass man sagt, dann werden diejenigen auch wieder geduldet und dann kommt quasi die nächste Etappe, das nächste Verfahren. Wie wird da Ihre Prognose sein, auch wenn Sie nicht zuständig sind für dieses Ressort? Also die Schlagzahl des BAMF hat sich sehr vergrößert. Das heißt, es werden auch sehr viel mehr ablehnende Bescheide jetzt gefertigt. Und es ist so, dass fast jeder, der einen abschlägigen Bescheid hat, zunächst den Rechtsweg sucht. Und das verstopft natürlich die Verwaltungsgerichte. Danke für die Einschätzung. Danke für Ihr Kommen, Herr Schröter. Und natürlich auch Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vor allen Dingen auch dann einen guten Job als Innenminister. Dankeschön. Vielen Dank.